Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play! Was, was, was? Achso, äh, Angry in Skies. Ja, natürlich. So. Ich hab einen neuen Kessel. Den ich so... Ah, die fehlen hier irgendwie. So. Ich lass mich mal wieder klicken kurz. Ich hab mal kurz mein System hier unten an Lava angeschlossen. Was? Ich hab mein System hier unten mal kurz an das Lava angeschlossen. Ja, das kannst du gleich wieder abklemmen, weil ich's grad neu anschließ. So wie es sein soll. Hm, hm, hm. Ja, das ist ein Schalter. Schalter hab ich. Ich brauch jetzt bloß... Mehr Nerven weg. Jetzt guck dir mal an, was ich mit dem Schiff rausgebracht habe, hier hinten. In der letzten Folge. Warte kurz. Ist auch Nerven weg. Warte. Das Feuerzeug hab ich noch. Hoffentlich für dieses Haus nicht, dass es so und genauso gleich das Haus wie du ein Ding hattest. Nee. Dafür ist es jetzt schon zu, zu unsymmetrisch. Du kannst hier schon werfen. Du kannst hier schon werfen. Also du hast mal einen Quasch-Tallomie und alle... Du könntest auch schon irgendwie in oben den Rest... Nee, egal. Oh, ich hab grad ein Problem festgestellt. Nee, hab ich nicht. Ich korrigiere, hab ich nicht. Ich hab kein Problem festgestellt. Das passt schon. Wie viel Produ... Du produzierst wahrscheinlich zu viel, ja. Das heißt, rein drüber, ich kann's noch unten noch auch noch mal ein Outdoor machen. Und es heißt rein theoretisch... Willst du EW bauen, ein Applied? Hast du noch ne Kiste? Schatz, ich... Ach, warum Kisten ab, die unten sind und unnötig sind? Ich grafte eine schnell. Ich hab ne Werkbank hier unten auch gegraftet. Ach, Mann, der hat immer was richtig gemacht. Ja, direkt am EW-System der Werkbank. Hihihihi. Ja, super. Oh, bei mir ist der meiste, es ist grad total arschkalt. Muss ich da eben auch umgehen lassen. Gerade bauen? Achso. Oh, was wollte ich eigentlich gerade bauen? Achso. Achso. Achso... Achso... Achso. Achso... Achso.. Schau' ma' mal Wif bois... aut... Wir brauchen, um einen Generator zu betreiben. Wie viel brauche ich denn um einen Generator auf voller Leistung zu betreiben? Das Hauptnetz wird eh abgerissen. Weil am Hauptnetz keine Cobblestone Generatoren mehr angeschlossen sind. Das ist das große Problem. Das denn? Doch, ich brauch... Ja, es wird ja schon produziert. Es wird so viel produziert, dass wir gerade erst mal zwei Gold haben. Ja, wenn du noch zwei Vakuumhopper machen würdest, gängst. Wie viel Gold haben wir? Okay, nochmal den nur rein. Okay, das reicht genau um diesen Ding zu produzieren. Das heißt, wir brauchen genau zwei Lavadinger, dass wir das Ding betreiben können, oder? Wobei doch eher drei. Drei Kissen. Wenn nicht vier. Ach so, der zweite läuft nicht mal. Ach ja stimmt ja, da war was. Ah, schau, jetzt geht's wieder. System läuft. System läuft. System läuft. System läuft. System läuft. System läuft. So, schauen wir mal. Zeichen zwei oder brauchen wir drei? 812. Okay, es wird auf jeden Fall mehr. Durch zwei Generatoren. Das ist schon mal gut. Das heißt, zwei Common Storms erreichen. Voll. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Das ist schon mal. Es staut sich jetzt an. Perfekt. Perfekt. Das heißt, unsere erste Produktion funktioniert zu 100%. Jetzt baue ich die zweite. Oh, dein ME System. Oh, dein ME System. Das ist ja geil, oder? Ja, super. Nur durch das ME System. Ja, das ist doch gut. Das ist ja geil. Ich bin da grad irgendwie total stolz drauf. Ich weiß auch nicht warum. ithm melted up ideas. Alter geht da schnell auch. Mann. Info, Next. Spaut. Ja, das ist wie ich fand. Das ist wie ich fand. So, holen wir mal Lava. Wow, wir reden ja gerade irgendwie total viel, oder? Ja, irgendwie voll. Ich bin hier gerade hochkonzentriert. Oh, beim einen sind nur 42 Millibuckets drin. Hammer, oder? Hm, ist ja nicht so alt. Mit ist vielleicht die 10-fache Lava-Produktion, was wir so circa verbrauchen. Und was hast du jetzt schon gebaut? So etwas Vergrößeres, oder? Ich baue gerade schon ein bisschen, aber eben dieses Thema weiter. Ich baue gerade so etwas Zeug, dass man automatische Sachen machen kann. Ah. Ja. Was fehlt? Ach du Heiland. So. Ach du, hast du gerade den Wortwitzverstand, den ich gesagt habe? Nein. Ach du, Heiland. Okay. Jetzt hast du ihn verstanden, oder? Ja. Hm. 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 Also, was brauche ich jetzt noch? Ich brauche nicht mehr Basic-Prozessor. Was fehlt natürlich? Rrrr. Ach, Plastikferner. Oh, Mann. Wir brauchen mehr. Gibt es irgendwie eine Art, nur dabei herzustellen? Außer EMC, weißt du? Hm. Vielleicht? Das EMC zufügen einfach. Alles klar. Weißt du, wie Lelal mir das dann wäre? Weiß ich nicht. Der Lelal. Das ist egal, dass ich sogar einen Mord dafür begehen würde. Oh. Baum. Nee. So. Dann gehst du hier rein. Hier drin wird sich nochmal so ein wunderschöner Generator befremd. Oh, sag jetzt nicht, wir haben keinen Rubber. Nein. Nein. Ich bin grad solizid gefährdet. Wir haben keinen Rubber zu sehr bringen mehr. Oh, wie leid. Ich kann nicht sinken. Gibst du mir zu, dass ich nicht sinken kann? Vielleicht. Wir haben keinen Rubber mehr. Geil. Wir haben nie wieder Rubber. Yeah. I fly me. Okay, das funktioniert jetzt wieder. Nach oben kommt immer noch dieser wunderschöne Output. Oh. Und das. Der Sand. Geht dann wieder. Und auch vorne. Gerade sehr, sehr blöden. Das wäre kein Rubber. 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 Wir haben. Irgendwie kommt hier oben nix an. Läuft unten überhaupt die Fabrik? Ja. Volle Bulle. Die kommt immer zu oben an oder halt irgendwo. Kommt nix an. Aber es läuft. Das kommt aber nix an. Boah, es ist so schnell bitte. So schnell von mir ist es hier rausgezogen. Dass es so aussieht, dass es umgekommt. Mysterious. So, dann funktioniert das schon mal. Aber ich würde sagen, war es jetzt noch mit der Folge. Haut rein. Träten und Kakao. Esst eure Oma auf. Bis dann. Tschüss.